Dreh dich nicht um, hinter dir steht dein Albtraum. Hä? Wer? Wo? Hä? Was? Jetzt tu nicht so. Gib mir dein Geld oder ich schmeiß dich, während der Zug kommt, die Gleisen runter. Äh, ja, 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 ähm, wie viel Geld willst du haben? Ich geb dir alles, was ich habe. Wirklich alles. Ich will dein gesamtes Konto haben. Sonst war's das mit dir. Aber da ist richtig viel Geld drauf. Das kann ich dir nicht einfach so geben. Okay, dann bye bye. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich geb dir das Geld. Äh, hier ist die Karte. Und der Code? Der Code ist 0067. Tun sie mir jetzt nichts. Hm, vielleicht. Wie viel Geld hast du denn auf deinem Konto? Äh, 3500 Euro. Dankeschön. Sie sind ja wirklich sehr nett. Okay, ich würde ihnen raten, nicht in den Zug einzusteigen, weil ich kenne jeden aus ihrer Familie. Also, hau jetzt ab. Und wenn du die Polizei rufst, ich schwöre, dann wird dir was so Schlimmes passieren, was du dir gar nicht ausdenken kannst. Okay, ich geh jetzt. So verdient man leicht. 2.500 Euro. Wenn du den zweiten Teil sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.